So, meine Damen und Herren, dann machen wir weiter mit dem nächsten Video der letzten Karriere in der fünften Aufnahme-Session. So, meine Damen und Herren, dann machen wir weiter mit dem Aufnahme-Session. Ja, Digga, weißt du, da reagiert er Null mit zurücksetzen, weißt du. Ja, komm, jetzt kann ich hier neu starten, weil ich jetzt eh die 2 Minuten, dass ich nicht schaffe. Meine Fresse, was ist denn immer so weit rechts mit dem Scheiß-Auto? Digga! Das kotzt mich ja mal an. Weißt du, ich lenke nach links und es ist keine Piss-Reaktion da, Alter. Nur weil da kleine Pisteine sind, so heißt das, er meint gerade ausfahren zu müssen, obwohl ich nach links drücke, oder was? Willst du mich ganz komplett verarschen? Digga. Im Real Life bin ich über Sternefrauen, ich lenke nach links, der lenkt auch nach links und springt nicht noch erst 30 Meter weiter. Wie ein Knecht. Digga, ich sehe nix. Ja, komm, Digga. Er meint sich wieder unlogisch 20.000 Mal zu überschlagen. Er scheint er gleich ein... ...zurücksetzen macht sofort. In jedem Spiel klappt die Scheiße sofort mit dem Zurücksetzen. Nein, hier muss er sich erst noch 20.000 Mal überschlagen, damit das Spiel überhaupt versteht. Oh, der überschlägt sich. Ich glaube, wir sollten mal zurücksetzen. Digga. Das sind unnützige Sekunden, die flirten gehen. Jedes Fickspiel sollte nach 3 Sekunden das Auto zurücksetzen. Und nicht erst, wenn er sich 20.000 Mal geschlagen hat. Das ist auch so. weit gesprungen ist die lenkung teilweise das hat man meint erst immer weiter zu rutschen bevor man irgendwie einlenkt oder so und um die scheiß kohle fährt man kann ja auch gar nicht vollgas fahren man kann sie achte kann man nicht halten weil man jedes mal irgendwie so scheiße fliegt fährt und sich hier mal so hat überschlägt alter dass man die zeit uns gar nicht schafft antone strecken kotzt mich echt an aber wenigstens alle drei dinger bekommen gut dann bedanke ich mich an die helfe zugucken und wir werden uns in der nächsten folge uns hier wiedersehen